Blechblech. Das ist Blech. Das wiegt auch einiges. Das sind die Nasen. Es sieht aus wie ein gefährliches Kreissägeblatt. Jetzt kann man die Platten gemagern. Und da das für eine Kneipe war, fiel das Geld in die abgeschlossene Schublade. Zehn Pfennig war eine Menge Geld. Zehn Reichspfennig. Ein Arbeiter verbihte ca. 25 Pfennig die Stunde. Hat er fünfmal Musik gemacht. Waren zwei Arbeiter schon weg. Und das werden Sie jetzt gleich hören. Es ist schwer ausspart, dass Sie nicht in den Satz reinspringen sind. Nein, es ist gern. Dann zieh bitte. Die Mama, ja? Oh, ja. Danke sehr. Zehn Pfennig habe ich jetzt gut gemacht. Und dafür mache ich zwei Minuten Musik. Und jetzt werden Sie sehen, dass ich perfekten Tadier spielen kann. Sie sehen, ich habe mich nicht verspielt. Wenn jemand ein Bedresse einer Technik hat, ich kann die Platte mal hochnehmen, wenn Sie wollen. Und dann kann ich zeigen, dass ich es drunter auch. Sie sind kein Verstanden. Sie können es, Sie können es, glaube ich nicht. Ach, ja, aber an den Sprügel, den Sprügel zeigen. Sie können es, glaube ich, nicht in den Sprügel zeigen. Ich glaube, das war ganz heftig. 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 Und dann kann ich es, glaube ich, nicht in den Sprügel zeigen. Ich glaube, das war ganz heftig. Das ist eine Obstschale. Da haben wir die Obstschale gefordert. Man braucht nur abziehen und was Neues vorzustecken. Auch natürlich hier den Federaufzug. Damit das Bürgertum Weihnachten feiern, stand diese gelderen Fußboden. Großer, geschmückter, beleuchteter Baum. Der drehte sich und es war eine unglaubliche Schwimmung, die es in diesem Leben acht hat.